Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherfen aufsammeln. Ganz alleine. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen.